Hallo und herzlich willkommen zurück beim Blocktrainer. Die EU will Kryptotransaktionen stark regulieren. Warum das gar nicht so ungefährlich ist und was an diesem Thema dran ist, seht ihr jetzt im Video. Vor einigen Wochen hat Bitcoin Echo einen Beitrag veröffentlicht, in dem es hieß, dass die EU plant, diverse anonyme Kryptowallets zu verbieten oder das zu unterbinden. Und genau dazu hat jetzt Reuters ebenfalls einen Artikel veröffentlicht. Beide Artikel von Bitcoin Echo und auch der von Reuters sind ohne Quellenangaben. Das heißt, die Quellen fehlen, woher diese Informationen stammen. Ich kann euch aber so viel sagen, ich habe im Nachgang jetzt mit einem Anwalt gesprochen und der hat mir zu dieser Thematik auch ein paar Dinge erläutert. Darauf kommen wir gleich. Alles in allem gibt es etwas, das nennt sich die Financial Action Task Force. Und was die versuchen zu machen, ist so eine Art Travel Rule. Also so nachzuweisen, wo Transaktionen hingegangen sind, von wo sie kommen und so weiter. Sodass man irgendwann zwar diese Netzwerke wie Bitcoin und andere nutzt, aber tatsächlich jedes Transaktionsgateway und jede Transaktionsherkunft identifizieren kann. Hey, kommt diese Transaktion von einer Wallet, die KYC authentifiziert ist, also know your customer, wo wir die Person dahinter kennen oder eben nicht. Und dieses Gesetz hat es ganz schön in sich. Vor einigen Monaten war es so, dass diverse niederländische Börsen und Exchanges und Broker und so weiter umgestellt haben auf ein Verfahren, dass wenn man seine Kryptowährung an sich selber auszahlen wollte, also auf die selbst gehosteten Wallets, ich kann sie euch gerne nochmal hochhalten, sowas hier, so eine Hardware Wallet zum Beispiel, dass man dann einen Screenshot dieser Wallet übermitteln musste. Damit haben dann diese Exchanges festgestellt, okay, diese Wallet gehört wirklich diesem User. Zumindest haben sie das so kommuniziert. Und am Ende gab es jetzt ein Gesetz dort, dass es nicht rechtmäßig ist, auch für die Privatsphäre und den Datenschutz nicht wirklich rechtmäßig ist. Und das Ganze wurde wieder eingestellt. Es ist jetzt nicht mehr notwendig, einen Screenshot seiner eigenen Wallet zu übermitteln. Ja, und jetzt haben wir diese ganze Thematik hier, die dazu führen könnte, dass natürlich die EU-Richtlinie sagt, hey, alle Länder, die in der EU tätig sind und die irgendwie Broker und Exchanges haben oder Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sein wollen, sind verpflichtet von jedem User, wenn er denn eine Transaktion auf die eigene Wallet machen möchte, irgendwie nachzuweisen, dass diese Wallet ihm gehört. Dreh- und Angelpunkt dieses Gesetzes ist AMLD5, also die aktuelle Anti-Money-Laundering-Gesetzesgebung. Und beziehungsweise die Fortführung davon, zum Beispiel AML A6 oder D6. Und da kann es nämlich genau dann zu diesen starken Restriktionen kommen, dass diverse Nachweispflichten vorhanden sein müssen, vielleicht auch erst ab einem gewissen Betrag, wobei die EU oder zumindest Deutschland gar nicht so betragsabhängig handelt, sondern eher bei auffälligen Tätigkeiten oder bei auffälligen Transaktionen. Hey, du hast total viele Transaktionen ins Ausland gemacht, irgendwas stimmt da nicht. Weiß mal bitte nach, woher das Geld kommt. Ja, Sinn und Zweck dieses Ganzen ist der Grund, man möchte eine Terrorbekämpfung nach vorne bringen, also dass die Terrorfinanzierung damit erschwert wird und man möchte Schwarzgeld aus dem Markt rausbekommen. Das heißt, dass man nicht mehr illegal verdientes Geld in irgendeiner Form in Dienstleistungen und Güter umwandeln kann und keine illegalen Geldtransaktionen machen kann. Am Fiskus vorbei, die Steuer nicht bezahlt und solche Dinge. Und am Ende ist das große Problem, dass wir aber eine technische Gegebenheit bei Bitcoin haben, die es faktisch eigentlich unmöglich macht, solche Gesetze wirklich durchzusetzen. Und jetzt wird es nämlich interessant. Zu dem Thema habe ich dann mich mit diesem Anwalt unterhalten und da habe ich dann diverse Fragen gestellt. Solche Fragen wie, okay, was ist denn, wenn ich jetzt sage, hey, ich möchte auf meine eigene Wallet auszahlen von einem Broker oder einer Börse, wo ich gerade Bitcoin gekauft habe und ich möchte das wirklich auf die eigene Wallet auszahlen und muss denen jetzt einen Screenshot übermitteln, mit dem ich beweise, dass es meine ist, dann könnte ich ja rein theoretisch auch für eine andere Person stellvertretend sagen, hey, mach mir mal einen Screenshot fertig, ich muss den der Börse schicken, um so zu tun, als wäre das meiner. Also dieses ganze Geldwäschethema wird ja nicht wirklich damit verhindert. Man hat ja keinen hundertprozentigen Beweis. Der Anwalt sagte mir, oh Roman, da bohrst du gerade in einer offenen Wunde und hier wird es spannend und auch ein bisschen gruselig und gefährlich für die Zukunft. Er hat es so geäußert, dass die Tendenz in diese Richtung geht, dass irgendwann Self-Hosted Wallets. verboten werden könnten. Dass nur noch Wallets erlaubt sind, die tatsächlich von einem Dienstleister zur Verfügung gestellt werden, wo rein theoretisch der Dienstleister zensieren könnte, euch den Zugang verhindern könnte und diese ganzen anderen Probleme. Natürlich ändert es nichts daran, dass wir Bitcoin privat, wenn wir Bitcoin auf einer privaten Wallet haben, von Person zu Person schicken können. Wenn dieses Gesetz aber so durchgeht, wird es den Use Case von Bitcoin, diesen eigentlichen Nutzen eines zäsurresistenten Layers, der sich einer Kontrolle eines Staates oder einer Regierung entzieht. Einfach nicht mehr gerecht. Zumindest nicht in Deutschland. In anderen Ländern, wir sehen es gerade, El Salvador und viele andere Länder nutzen aktiv Bitcoin und wollen diese Freiheit dort ermöglichen. Wir sehen nämlich die Probleme von zentral geführten Systemen. Einem Staat ist das aber ein Dorn im Auge. Und da kommen wir jetzt zu der großen Problematik. Was passiert, wenn wir wirklich in diesem Zustand laufen und selbst gehostete Wallets verboten werden? In dem Moment wären wir verpflichtet, wenn wir in irgendeiner Form unsere Kryptowährung nochmal in Fiat-Geld tauschen wollen oder in Angebote tauschen wollen, die mehr oder weniger unter einer staatlichen Infrastruktur laufen, also eigentlich alle Unternehmen, weil ein Unternehmen mehr oder weniger staatlich registriert ist und so weiter und so fort, dann wären wir vielleicht verpflichtet, diese Bezahlung unserer Bitcoin nur über gehostete, also custodial Wallets, Wallets, die von einem Anbieter kommen, den der Staat mehr oder weniger kontrollieren kann, zu versenden. Das kommt einem ziemlich bekannt vor, denn das ist so ziemlich genau das System, wie China und viele andere totalitäre Länder versuchen, ihre Bürger zu kontrollieren und auch das, was sie tun und von einer Grundannahme ausgehen, dass jeder Bürger eher Illegales im Sinn hat, statt Legales. Und diese Entscheidung kritisiere ich stark. Zum einen kritisiere ich, dass ganz offensichtlich bei der Gesetzesgebung das Grundverständnis für Bitcoin nicht vorhanden ist. Und das ist es wirklich nicht. Ich habe ja mit einigen dieser Leute gesprochen. Es ist wirklich so, dass die wirklich der Annahme verfallen sind, dass man in dieser Art und Weise eigentlich nur ein Asset hat, wo es um das Investieren geht, aber gar nicht, dass das hier ein neues Geld sein könnte und dass man mit derartigen regulatorischen Hürden eigentlich diesen Use Case dieses Geldes zumindest für das eigene Land komplett obsolet macht und sich eigentlich auch schon wieder ins Ausschießt, gerade was die Digitalisierung der Zukunft angeht. Denn seien wir mal ganz ehrlich, wie will man eine freie, offene Lösung, freie Lösung für Bitcoin bauen, Open Source Lösung, und da kommen wir gleich nochmal zum ganz wichtigen Punkt, für die Zukunft bauen, wenn es derartige Gesetze in diesem Land gibt. Es ist nahezu ausgeschlossen. Genau zu diesem Thema hat übrigens heute Abend der Jack Dorsey zusammen mit Elon Musk, mit Casey Wood, mit Adam Beck, dem Erfinder des Proof of Work quasi, eine Konferenz The B-Word. Und es geht darum, den Institutionellen, den Institutionen, den Unternehmen dieser Welt zu zeigen, wie eine Open Source Welt auf Bitcoin gebaut aussehen könnte, als Unternehmen und wie diese Zukunft aussehen könnte. Und was wir gerade sehen, ist, dass die EU mit diesen Gesetzesvorschlägen, mit diesen Richtlinien genau konträr dazu arbeitet, was gerade die Tech-Milliardäre an Zukunft definieren. Eine freie Zukunft, in der jeder Mensch vollen Zugriff auf unser globales Geld hat, in der keine zentrale Instanz wie der Staat zensieren kann, weil er den Unternehmen sagt, hey, sperre jetzt alle Wallets vom Max Mustermann und nimm ihm seine Bitcoin weg. Wir brauchen die Bitcoin, um die auf den Markt zu schmeißen, um zum Beispiel eine spekulative Attacke gegen unser Geld abzuwehren. Solche Szenarien sind denkbar in einer ganz schlimmen Katastrophe. Und man sieht aber, dass die EU und gerade auch Deutschland, die ja zum Teil auch federführend bei diesen Gesetzen sind, ja, sich selber wieder ein Bein stellen und hier wieder ins Ausschießen und die nächste Welle der Digitalisierung nach dem Internet verpassen, aus einer Angst heraus, die völlig unbegründet ist. Ganz wichtig, und das finde ich sehr, sehr gefährlich bei diesem Thema, ich werde euch mal diesen Artikel unten in der Videobeschreibung verlinken, stigmatisiert, entrechtet, ermordet. Das ist ein sehr, ja, ein Artikel über eine sehr grausame Zeit, die hier durch damals die Nazis, ja, durch Taten der Nazis verführt wurden. Und es geht genau um dieses Thema. Tatsächlich sind damals, ja, die Soldaten der NSDAP in die, ja, in die Niederlande eingewandert und haben das damals modernste Bevölkerungsregister benutzt, was in Amsterdam umgesetzt wurde, um dort eine gravierende Judenverfolgung zu ermöglichen, ja. Und da ging es auch darum, dass die Menschen, die Vorfahren hatten, die jüdisch waren, aber selber schon gar keine mehr waren, weil sie vielleicht sich umgetauft haben oder was auch immer, trotzdem verfolgen konnten, weil dieses Bevölkerungsregister eine so klare Hierarchie von dem festgestellt hat, wie, ja, der Stammbaum einzelner Personen ist. Dieser Artikel handelt davon und es geht um diese Amsterdam-Listen, wie gesagt, damals gefeiert als das modernste Bevölkerungsregister, im Nachhinein sich herausgestellt als ganz grausames Werkzeug von schädlichen Entitäten. Und das dürfen wir nicht vergessen. Die Kontrolle, die der Staat heute aufbaut, in dieser weisen Voraussicht, dass der Staat sagt, hey, ich mache das ja und ich gehe mit diesen Daten gut um und ich missbrauche meine Macht nicht. Wir hoffen, wir können ihm glauben, wenn das so stimmt. Kann er aber trotzdem nicht gewährleisten, dass es nicht irgendwann mal einen Machthaber gibt oder einen Angreifer, einen Hacker oder Geheimdienste aus anderen Ländern, die an diese Daten kommen und auf Basis dieser Daten, was ihr so kauft, was ihr machen wollt, vielleicht eine Verfolgung von euch irgendwann die Folge sein könnte. Hier gebe ich mal das Beispiel, stellt euch vor, heute ist es gesellschaftlich in Ordnung, grüne Pullover zu kaufen und irgendwann kommt mal ein Machthaber, der sagt, hey, alle Menschen, die grüne Pullover kaufen oder die Nachfahren von Leuten sind, die grüne Pullover kaufen, die werde ich politisch verfolgen. Und ja, anhand dieser Transaktion kann man das nachvollziehen. Derartige Dinge finde ich sehr gruselig und ich weiß, dass das ein super drastisches Beispiel ist. Ich muss aber dazu sagen, dass dieses Beispiel durchaus valide ist. Das wird nämlich auch häufiger mal angezweifelt. Hey, das ist aber ganz schön heftig, das mit diesem System zu vergleichen. Tatsächlich geht es aber genau um diese Dinge. Gerade wenn es um das geht, was wir kaufen und was wir tun, kann man sehr, sehr präzise Profile über Menschen anlegen und ihr Kaufverhalten und wer diese Menschen so sind und wie die so ticken. Und man kann dort durchaus mit diesen Daten sehr, sehr viel Unfug anstellen. Vielleicht nicht unsere heutige Regierung, aber unsere Regierung heute kann niemals darstellen, wie die Zukunft aussieht und kann das nicht sicherstellen, dass sie nicht mal auch geputscht wird oder irgendwas anderes passiert. Wer weiß, was in Zukunft passiert. Für mich ist nur eins wichtig. Wir dürfen das nicht zulassen, dass wir irgendwann nur noch auf Custodial Wallets unsere Bitcoin liegen haben. Bitcoin ist das Geld der Zukunft. Es verändert diesen Planeten. Es schafft eine Chancengleichheit für jeden Menschen. Und nur weil dort Staatshaber, Zentralbanken und viele andere sind, die Angst vor dieser Macht haben, dass das Volk wirklich diese Verantwortung zurückgewinnt, dürfen wir nicht zulassen, dass man uns diesen Gefahren aussetzt. Für mich ist es wichtig, dass wir an dieser Stelle irgendwie versuchen, eine politische Stimme zu sein. Und ich hoffe, dass dieses Video auch Politiker sehen, die diese Informationen nutzen, um diesen Gesetzesentwurf anzufechten. Ich bin kein Politiker. Ich will keiner sein. Ich möchte aber den Politikern da draußen diese Informationen geben, auch gerne diesen Deep Dive geben. Was ist Bitcoin? Wieso brauchen wir Bitcoin? Was verändert Bitcoin auf diesem Planeten? Und warum schießen wir, und nicht nur aus diesem Kontrollwahn heraus, warum schießen wir unsere gesamte Industrie wieder ins Abseits, verpassen die nächste Welle der Digitalisierung, wenn wir solche Gesetze durchdrücken? Und da möchte ich an euch appellieren, schickt an die Politiker, die ihr kennt, über Twitter, über E-Mail, über alle möglichen Wege, dieses Video. Und fordert sie auf, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist in meinen Augen unfassbar wichtig und definiert maßgeblich die Zukunft aller EU-Bürger und aller EU-Unternehmen, weil uns hier gerade massiv Beine gestellt werden, aus der Angst, dass eine zentrale Einheit, die gerade Geld und das Leben von vielen Menschen kontrolliert und steuert in weise Voraussicht, unter Umständen für eine langfristige Katastrophe sorgt. Und das darf in dieser Form nicht sein. Und damit möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, heute Abend der Live-Ticker bei uns zur Konferenz The B-Word auf unserer Homepage. Da übersetzen wir auf Deutsch die dort vorhandenen Diskussionen, Panels und Gespräche. Könnt ihr dann hier auf der Seite nachlesen, Link in der Videobeschreibung. Und wenn ihr Bitcoin verstehen wollt, Debbie, meine Verlobte, lernt das Thema gerade und gibt immer ihre gelernten Inhalte wieder. Gerne den Kanal abonnieren und die Videos schauen. Sehr gute Videos für Einsteiger. Verlinke ich euch ebenfalls in der Videobeschreibung und ansonsten gleich im Abspann. Das war es mit dem Video. Wenn euch der Inhalt gefallen hat, haut ein Like aufs Video. Wenn ihr euch gegen diese Richtlinien stellen wollt, absolute Empfehlung. Bitbox-Link ebenfalls in der Videobeschreibung. Besorgt euch so ein Gerät. Hostet eure Bitcoin selber, um derartige Gesetze zu erschweren. Und damit wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und auf Wiedersehen. Macht es gut, liebe Leute. Und tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017